so hallo leute und willkommen zurück zum let's play f0x nun fahre ich diesmal mit einer weiblichen charakterin wollen wir sehen was sie so drauf hat also von geschwindigkeit und warte ist ausgeglichen aber wenn es um kurven geht da ist sie nummer 1 so 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 Ich gehe ja auch wieder langsamer an als die Master-Schwierigkeit. Aber sexy sieht zudem auch aus. Ich gehe ja auch wieder langsamer an. 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 coward. Ich finde unglaublich. 3, 2, 1, go! 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 3, 2, 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 go! 3, 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 go!